Alles klar, wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt. So, das will die Wölfe Wölfe sein. Jawohl! Alles klar! Alles klar! Gut, gegen den Bären wollen wir nicht wirklich kämpfen. Alles klar! Jedenfalls habe ich das nicht vor, gegen den Bären zu kämpfen. Wie ihr wünscht. Ich hoffe, ich kann ihn einfach ausmanövrieren, indem ich mit ihm um das Gefängnis heize. Schon unterwegs. Alles klar! Sehr gut. Das Kleinod des Glückes ist entdeckt. Wie ihr wünscht. Soffa! Fisch haben wir noch genug, aber unser Bild ist halt... ...wirklich etwas... ...wenig. Soffa! Alles klar! Verstanden! Hier gibt's jede Menge Ruinen mit Geld. Verstanden! Stein der Wohltat wurde gefunden. Auf euren Befehl! Soffa! Soffa! Eisenmine! Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Auf euren Befehl! Verstanden! Ihr habt die drei Steine der Pforte gefunden. Möge euch dieser Weg zu Darius Vermächtnis führen. Noch ein reiches Gebäude. Okay. Okay, dafür brauche ich mehr Holz. Das ist doch eine Besenmacherei. So, jetzt muss ich noch die Kirche ausbauen. Ja, genau, hier kommen wir nur mit einem Turm durch. Verstanden. Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. Die Kultisten haben erneut einen Höhlenweg betreten. Verstanden. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Das ist gut. Wir brauchen einen Belagerungsturm, um unsere Krieger auf die andere Seite der Mauer zu schicken. Ja, jetzt können wir eine Belagerungswaffenwerkstatt errichten. Worausgesetzt wir kriegen genug. Verstanden. Erstens Steine. Und zweitens, ähm... Ja, noch ein reiches Gebäude zusammen. Und natürlich das Eisen. Was ist dieser Miene hier? Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So, noch mehr Getreide. Bauen wir noch zwei Lieferungen. Stein für die Kirche. Und ein reiches Gebäude brauche ich auch. Ach ja, die Schwerter kann ich einstellen erst mal. Was? Bauen wir noch mal an. Ja, wenn etwas Glück, schaffen wir es rechtzeitig. Geben wir mal ein Fest, auch wenn ich mir das das Genick brechen könnte. Ich muss hier jetzt auf die letzte Steinfuge warten. Ich kann dem noch ein paar Bienen spendieren mit dem Holz, das ich überhabe. Wer da den Stein kommt, den ich brauche. Ah, wenn ich Glück habe, schnappen sich jetzt gleich dann nach dem Fest die Leute den Stein und bauen die Kirche aus. Füllst du das? Du bist gut. Du bist der Hand, heute, bis sie dich zu gehen hat. Ich werde es ein Achtung. Du bist-Dirrit. Oh, nein! Hier, der ist für die Leute, auch ich gar nicht. Da muss ordentlich gebaut und ausgebaut werden. Die Mauer ist das letzte Hindernis. Eile ist geboten. Wir brauchen einen Belagerungsdruck. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ich bin ja schon dabei dafür zu sorgen, dass wir... ... alles nötige zusammenkriegen. Zum Glück dürfte ich noch eine kleine Gnadenfrist haben. Ich bin so glasg, aber die Mauer sind meine Jäger. Los, holt euch hier Besen. Ich habe eine Käserei, also bauen wir gleich noch eine. In der Hoffnung, dass irgendeins der Gebäude schnell reich wird. Ihr hört mal auf, Essen auszugeben, sodass sie ihn noch bei den Bäckern und den anderen holen. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Jawohl! Gut, jetzt brauche ich nur noch die Belagerungsteile für den Turm. Das heißt, ich kann die wieder essen, ausgeben lassen. Du bist reich geworden. Okay, das ist gut. Du bist auch schon reich, das ist auch gut. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Eisen und den Turm. Dann haben wir diese Mission geschafft. Nein, ich gebe keinen Speed. Das könnte nämlich den Timer kaputt machen. Den Background-Timer. Und ja, den gibt es leider. Irgendwann werden sie aus ihrer Höhle kriechen. Dann die Ruine hier durchsuchen. Da kommt das Eisen, das wir so dringend brauchen. Ghanas Expedition ist wieder aufgetaucht. Wir dürfen nicht zurückfallen. Okay, das ist jetzt. Dieplanung der Ruine. Ja, die die Rahmungsweise recyceltiert sind, dann geht es mit der Tязache und der Tre republican die dennern. Vielen Dank.